Erstmal muss ich sagen, das war eine tolle Runde, eine spannende Runde mit vielen auch sehr heterogenen Diskussionsbeiträgen. Wir haben uns nicht nur mit dem Thema BGM beschäftigt, sondern mit der Makroebene, wo es darum ging einfach auch zu schauen, was erwarten Mitarbeiter von Arbeitgebern und was erwarten Arbeitgeber auf der anderen Seite wieder von den Mitarbeitern und da spielt BGM eine wichtige Rolle. Wir wissen allerdings natürlich, dass es nicht ganz flächendeckend so gelebt wird, aber wir hoffen, dass wir auch noch mehr Impulse bekommen, auch vielleicht über die Messe.